Wir sind eben angekommen. Verstanden. Rücken ins Sektor vor. Alles ruhig. Hörst du das? Manovision aktiviert. Cell kneift nicht so schnell. Finde raus, was du kannst. Wir sehen uns am Treffpunkt. Scheiße. Rush und Claire sind offline. Du musst alleine zurechtkommen, während ich rausfinde, was los ist. Hä? Was ist das? Cell hat die Turmgeschütze bemerkt. Sie sind zwar langsamer, aber immer noch effektiv. Du weißt, was sie anrichten können. Also bleib in Deckung. Bitte komm! Überprüft seine letzte Position. Tauern für den Dunjins. Achtung! DMP! Feuer, attackiert seine Banken! Überprüft seine letzte Position! Klingel! Klingel! Tons aktiviert! Klingel! In deiner Nähe liegt ein deaktivierter Iron Horse, ein Geheimdienstenmelder. Die nehmen ihre schmutzigen Geheimnisse wohl mit ins Grab. Prophet, falls du diese Infos siehst, erfährst du vielleicht, wer mich gefoltert hat. Mann, das könnte ein Fundus von Cell-Geheimnissen sein. Geheimnis! Untertitelung des ZDF für funk, 2017